Die technische Unterstützung bei der Portfolioauswahl ist besonders wichtig, denn der Kunde erwartet vom Vermittler natürlich einen kompetenten Rat und durch so ein Tool, das man zur Verfügung hat, kann man zum Beispiel ganz bedürfnisgerecht den Kunden auch einordnen, sein Anlegerprofil bestimmen und das ist für den Kunden ganz wichtig, dass es wirklich die Lösung auch zu ihm passt. Das vermittelt auch Kompetenz, Kompetenz der Beraterin oder des Beraters gegenüber den Kunden. Man hat natürlich auch den Vorteil, dass damit auch das dokumentiert ist. Man hat eine Dokumentation, eine elektronische Dokumentation, ein Beratungsprotokoll, was man ja benötigt. Deshalb ist diese Unterstützung durch ein Tool wichtig für die Beratung bei Vorpolisen, bei Zusammenstellung der Portfolioauswahl. Deshalb kann ich Sie dringend nur bitten, dass Sie diese Unterstützung auch nutzen, denn wie gesagt, damit zeigen Sie auch mehr Kompetenz.